Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ganz ehrlich, das ist jetzt die dritte Runde in Folge mit dieser Map? Wirklich jetzt? Also, ich dachte, DVD hat so ein paar mehr Maps zur Auswahl. Na gut. Ich glaube, zwei sind aktuell deaktiviert. Das ist aber der Saloon und die Bluthütte, glaube ich. Aber es gibt doch trotzdem noch mehr Maps. Also. Clown. Ja, wir haben eine Kate im Spiel mit einem Schlüssel in der Hand. Und es wurde zweimal das Offering geschmissen, das die Luke in der Killerhütte spawnt. Also. Sobald die Luke da ist, Leute, gehen wir in die Shack. Wobei, es könnte sein, der Clown nimmt sich jetzt absichtlich Kate, weil sie den Schlüssel in der Hand hat. Mal. Was. Ja, wir haben das. Mal. Was. Für das Team! Das war richtig doof, aber... Oh, hier ist ein Gen White. Sorry! Oh Gott, ich laufe hier einfach... Würde ich die seit zwei Stunden spielen. Mega wild und unkoordiniert. Aber es hat funktioniert. Möchte ich mal kurz anmerken. Ich wusste auch nicht, ob der Tüftler hat eventuell. Ich hatte das Gefühl, sein Sound war sehr... ...plötzlich wieder da. Check Palette ist weg. Okay. Äh... Eigentlich kann das nicht die Luke sein, weil es wurde in Offering geschmissen. Wahrscheinlich klang das dort nach Holz, weil da Äste auf dem Boden lagen. Gut. Machen wir mal weiter im Programm. Aber ich hätte mich schon gefreut, wenn es mal eine andere Map zugekommen ist. Also drei Runden in Folge, die gleiche Map, ist ein bisschen langweilig. Aber er wechselt tatsächlich sein Ziel immer mal wieder. Wie ich glaube, ich glaube, ich bin als Killer auch eine, die gerne mal das Ziel wechselt, wenn sich in meinen Augen eine bessere Option ergibt. Was manchmal halt auch falsch ist. Gut. Ah! 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 Ich kann dich nicht heilen, wenn du oben stehst. Eigentlich müssten wir jetzt in die Luke... äh, in die Luke. Die Shaq. Gehen. Ach du Kacke. Schnell, Leute! Wo ist denn die Shaq? Dort, Madame. Das tut mir leid. Aber ich wollte jetzt raus. Ein Clown mit nöt? No. Ohne mich. Okay, sind alle raus. Ich weiß nicht, ob Felix durch die Luke ist. Wir sind alle raus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So. Ich hoffe, dass wir nächste Folge aber endlich mal wieder eine andere Map sehen. Schön wär's ja. Ähm, ich danke euch aber fürs Zuschauen. Ja, sorry, Mom. Ja, sorry, Mom. Ha, ha. Dachte ich auch. Ähm. Er hatte sogar einen Mori dabei. Das hab ich gar nicht wahrgenommen vorhin. Pop, Nerd, Barbecue und Tanata. Ja, okay, das mit dem Zero Kill with Nerd, das muss jetzt auch nicht sein. Aber... Ha, ha. Also, ha, ha bezogen auf es war lustig. Okay? So, so meinte ich das. Ähm. So, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Adieu. Macht's gut. Bye, bye.